Merkel kann es einfach nicht. Sie sperrt unser Land weiter ein. Merkel träumt ja weiterhin von einem Inzidenzwert von 35 oder sogar 10, um irgendwelche Öffnungen durchzuziehen. Aber die Länder wollen schon gar nicht mehr ordentlich mitziehen. Und so tagt das Corona-Kabinett mal wieder außerhalb des Parlaments und versucht, irgendwelche Regelungen für Deutschland zu beschließen, die eigentlich hier im Deutschen Bundestag verhandelt und beschlossen werden müssten. Aber was ist das Parlament schon? Ist doch nur die gewählte Volksvertretung. Auf das setzt Merkel ja einen ordentlichen Haufen. Ich sage jetzt nicht was. So, auf jeden Fall gibt es ja wahrscheinlich gewisse Lockerungen. Weiterhin wird mit Grundfreiheiten der Bürger umgegangen, als stünden sie ständig zur Disposition, als sei es bereits toll, wenn irgendwie Beschränkungen, die es gar nicht geben dürfte, wieder aufgehoben werden. Nein, es muss generell so sein, dass all diese Beschränkungen prinzipiell aufgehoben sind. Nicht ohne Grund laufen jetzt die Wirtschaftsverbände Sturm gegen diese weitere potenzielle Verlängerung des Lockdowns bis Ostern hin. Das ist einfach nicht leistbar und das ist ungerecht und es ist ein Angriff auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes. Wir können unser Land nicht so lang zulassen. Das zerstört unsere Wirtschaft, das zerstört unsere Gesellschaft, es zerstört unsere Kultur. Aber manchmal hat man ja den Eindruck, Merkel hat genau das vor. Ja, eine Information an den Bundestag gibt es natürlich wie immer nicht oder wie manchmal nicht. Manchmal hat sie sich ja tatsächlich hier vor dem Plenum gezeigt und irgendetwas geäußert und zum Besten gegeben, damit dann die Koalitionsfraktionen einfach nur Applaus gespendet haben. Diese Woche erwarten wir kein Statement von Angela Merkel vor dem Bundestag. Das bleibt alles in der internen Corona-Runde. Genauso wie sie auch kein Statement abgegeben hat, etwa zum Europäischen Rat, zu der virtuellen Tagung und zu anderen Terminen. Sie setzt sich immer weiter von der Volksvertretung ab. Sie setzt sich immer weiter über das Volk hinweg, das sie eigentlich repräsentieren und gut leiten soll. Und das macht schon Sorge, wie Angela Merkel mit unserer Demokratie umgeht. Morgen wissen wir mehr über die Ergebnisse. Morgen wird auch das Gesetz beraten zur Weitergeltung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite. Und dort ist natürlich weiterhin Schlimmstes zu befürchten, dass die Bevölkerung hier weiter gegängelt wird auf Jahre hinweg.